Ja, hallo und willkommen zu meiner ich hab keine Ahnung, ich will den DayZ Folge Ja, wir looten tatsächlich immer noch ähm ich hab jetzt einfach entschieden, ich hab jetzt einfach die ganzen Lootfolgen die ich jetzt machen werde, immerhin schreiben Day Let's Play, die liest in der Logo-Version ich hab jetzt Standard-Sache und dann hab ich die Folge und dann halt noch dahinter in Klammern gesetzt Loot 001 oder 002 oder 002 Ja, ich merk, ich sprech schon wieder so schnell und ich hoffe, da kommt niemand vom Fenster war ich mir grad nicht ganz sicher doch ist ja vom Fenster nur ein Zombie Wird mal das Ne 1 und 11er, juhu, ein Apple Apple brauch ich aber nicht ein FNP-Visier Kann ich das hier einbauen? Nein Kann ich das hier einbauen? Nein Kann ich das da einbauen? Nein Okay, ich test mal kurz was das war 4 Ich test mal kurz die die müsste eigentlich hier drauf passen Ne, fast nicht Dann kriegst du mal Nummer 3 Ja, da hab ich auch schon FNP herauf Oh, weil das ist badly damaged Hey, willst du austauschen? Ähm Ich test mal wieder rüber auf die 1 Ja, juhu, ich merke, unten klingelt schon wieder Ich hoffe, man ist so nicht Sonst kann es eigentlich keinen Cut machen muss Wo ich mich natürlich wieder ausschlagen muss Sondern wir werden die auf meinem Server und so Werde ich halt ein bisschen scheiße jetzt Aber naja Wenn so ist, dann ist es so Ich hab nochmal allen gesagt, die hier sind Mich nicht stören Ich bin grad ne Aufnahme Aber naja, gut, okay Ähm Also, ist es, ist so Nein, immer Wach, das nervt halt mal echt Ich bin echt rasserschönlich, die ist Türen öffnen aus Ich kann nicht nachhören You're no longer getting wet You're getting wet Was? Ich war nass Okay Zwei Deutigkeit und so jetzt A Schistholder Das war ein Waffenhalster Irgendwas kann man noch einwegnehmen Ist es Grey Hoodie? Nee Scheiße Okay Das war eine schlechte Reaktionsschuld Nö, irgendwie Ich hatte sicherlich wieder rumlaufen Mit dem Schistholder Und ich hatte sogar mal selber eins, aber Ist auch Kann ich es mal lernen Mir ist relativ neu, ich soll nicht sowieso schon durch Fenster gucken können Aber Schalte der Fallsteine an, ist der vorne so, dass er so durchgepackt Weil sie mich gesehen hat Ja, okay, wir müssen die, wenn wir das nicht binden, dementsprechend irgendwie auch wieder klar Ja, ich weiß schon, Juhu, 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 Hintergrundgeräusch bei mir Ja, Juhu Klappen da hinten So kann ich mich mal aufregen, wenn wir Ja, Juhu Ja, Juhu Ja, man hört's Ich will mir herumlabern und nerven Ja, Juhu, wenn ich mit mir reden müssen So, weil ich jetzt sage, nachwarten, gehe ich mal rüber So, weil ich jetzt mal ein bisschen leiser Sollte das Klicken jetzt immer ein bisschen laut sein könnte Das kann ich mir gut vorstellen Mein Nico liegt in etwas umnötigen Positionen Ah, ich gehe hier rein Ich habe da wieder geräuscht Juhu, was zu saufen Okay, ich denke, ich habe irgendwas gehört Ja, die sind die eigenen Farben Ich habe hier rausgeschmissen Und ich habe hier rausgeschmissen Ja, schade, aber ich habe hier Ja, Juhu, wieder labern, labern Ein Wurz Leute, noch kurz leise So Hätten wir das geklärt Sollte ich mich geeignet Ich bin die auch da mal rein Aber ich habe kein Wack der Wack Ist hier ganz zu schneiden Und wenn ich jetzt hier anfangen zu palagern Regt mich das echt so auf, ey Das kann man sich gar nicht vorstellen Ja, Juhu, Juhu Ich habe total vergessen, wie lange ich jetzt schon gemacht habe Es könnte auch sein, dass es eine 6 Minute lange folgen wird Oder auch eine 20 oder 30 Ne, okay, das ist ja rund unrealistisch Weil ich ja noch andere Termine habe, die ich einzuhalten habe Dementsprechend würde 20, 30 Minuten gar nicht passen Ja, ich sage immer mal, wenn ich die so in den Loot habe, habe ich 6, 7 Minuten gemacht Vermutlich so ungefähr Das ist mein Durchschnitt für einen Loot aus Wenn ich dabei quatsche Normalerweise bin ich natürlich deutlich schneller Aber wenn ich dabei quatsche Dann brauche ich so 6, 7 Minuten für einen Server So ein Durchschnitt mit dem Detailbase Der Schatten sah gerade heftig geil aus Mit 20er, ja Leute, ich habe nicht mehr Platz für 20er Ich könnte allerdings mal Hier austauschen Im Empty Ich könnte das ja kombinieren So, hält man das Lass es ja hier vormachen, dass ich das nicht gefunden habe War das gerade? Okay, gut, doch kann ich auch nicht Ich kaufe keinen Zauber-Spieler Mir war gerade so unter der Tür gehört Ja, F Ich bin auch wieder auf D gekommen Deswegen Okay, was ist das denn? Ja, Juru, wir lernen Leute, haltet mal kurz, seid nur leise Mann, 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 Mann Kann ich aufwägen Ja, ich hoffe mal Ja, ich, ich werde gerade das Back Ist jetzt nicht so laut in der Aufnahme zu hören Sie ist bei mir gerade Und jetzt bin ich halt übelst laut Vorsitzenden Faden, Scheidenschutzzimmer Wo, dass ich ausziehen kann oder sowas Ist auch mal praktisch Aber okay, mein jungen Jahr Ausziehen, wird nicht funktionieren Schon rein rechtmäßig gar nicht So, ich weiß, ich frage mich gerade, ob ich noch Zeit Was machen sollte Ja, gut, mir hier direkt ein Film in der Nachricht auch schonen kann Dann mache ich, glaube ich Aber ansonsten war es erst mal mit der Aufnahme Jetzt kann ich hier in der Zeit wieder Do not all the room to join Deswegen haben wir noch vier drauf Pvp-Server, nein Test-Server, nein Blacksheep, testen Do not connect Ja, deswegen haben wir drei online Ähm Ja, das ist nur den einmal Wenn ich das nicht direkt join Dann war es mit der Aufnahme Dann Ich muss die Leute unten zusammenscheißen Warum die nicht zu laut waren So, das kann ich nämlich ziemlich ankotzen Achso, nochmal danke an meine ganzen neuen Abonnenten Die ich jetzt ja neu dazugewonnen habe Letztes Zeit Also Nicht so viel jetzt Aber es sind doch ein paar Ähm Ich mache es nämlich mit dem K Geht es langsam Aber sicher bergauf Ja, wir warten auf den Host Wenn es jetzt noch lange so weiter geht Dann War es das Also ich ziehe mal runter Zehn Neun Acht Sieben Sechs Öhm Okay Ich würde sagen Das war es mit der Folge Es packt nicht in neun Sekunden Ähm Dann tippe ich mal Für das ist eine sehr sehr langsame Kurze Folge gewesen sein Also wenn du unter fünf Minuten hast Dann werde ich nochmal Ne Anschlussfolge Dann kann ich sozusagen schneiden Und ran machen Aber ich denke Das war es jetzt erstmal Also Es könnte entweder was kommen Aber es kann auch so jetzt nichts kommen Ich habe keine Ahnung Wie lange die Folge jetzt schon geht Ja, okay Ich würde dann sagen Ciao Bis dann Bis dann Bis dann